Hi, hier ist der Jakob. Da sich unser Elefant von vor ein paar Wochen ganz einsam fühlt, drucken wir diese Woche dieses süße kleine Rino, was auch wieder bewegliche Beinchen und einen beweglichen Kopf hat, was allerdings nicht in einem einzigen Teil gedruckt wird, sondern in mehreren einzelnen Teilen und dann mit solchen Clip-Verbindungen einfach zusammengesteckt wird. Viel Spaß beim Video! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.